Hallo meine lieben Freunde! Willkommen zurück zu ArctoDead! Deadliest Catch! Und wir müssen jetzt einkaufen gehen. Okay, sehr gut. Ja. Okay. Guten Tag, Sir! Wie geht's Ihnen? Was haben Sie da in der Hand? Das sah ein bisschen so aus wie so ein Zettel aus dem Glückskeks. Das Glück wird Ihnen Holz sein, mein Freund. Das Glück wird Ihnen Holz sein. Sie haben die modernen Shopping-Experience. Alles hier ist in der Hand. Sie haben ja noch gar nichts in Ihrem Einkaufswagen. Ich trinke so viel Milch, ich denke, dass ich wirklich in Liebe bin. Ah! Oh! Oh! Ah! Fancy! Ich finde die Tiefkühlpitze. Die war hier. Was kennt ihr eigentlich? Okay. Warum sind alle diese Tiefkühlpitze trocken? Entschuldigung! Äh... Ja! Ja! Oh mein Gott! Ja! Ja! Funktioniert! Funktioniert gut! Ja! Oh mein Gott! Ey! Alles gut! Alles... gut! Nice! Oh, das ist Pizza! Tada! Frotzenpizza! Nice! So, Tommy ist ein Müsli. Okay. Müsli... Müs... Das letzte Sports Johnson-Cereal! Ich hoffe, dass niemand ihn stöhnt. Ich schaue hier. Hey, das nächste Müsli, Müsli. Guten Tag, die Dame! Na, wie geht's Ihnen? Ich tue gar nichts! Ich gucke mir hier, äh... Riesen-Kaffeeball! Das ist die groß! Wollen Sie zufällig? Im Tausch gegen das Müsli? Oh! Oh! Ich weiß nicht, ob das Falsch ist. Oh nein! Oh nein! Die guckt noch! Die guckt noch! Die guckt! Ich wollte nur das hier holen! Ich hab... Oh! Es tut mir leid! Ich schmeiß das wieder weg! Alles gut bei Ihnen, Milady? Alles gut? Ich... Ich... Ich gehe da mal weiter! Entschuldigung! Yes! Mein Sport! Johnson Müsli! Nein! Ich brauche mein... Destroy! 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 Okay, Limo! Ist nicht euer Ernst! Als ob das die einzige Limo hier ist! Na gut, das ist Mango, ne? Wer will auch schon Mango-Limo? Wir haben schon mal Mango-Limo getrunken, aber das ist... Ja, ja! Ich bin... Oh, das war recht easy! Sie sind friert, barbecued, roastet und toastet! Stopp auf! Okay! Ich finde den perfekten Apfel! Ich glaube mein... Hilfe! Ich... Ich... Ich hänge hier... Ich hänge hier fest! Hilfe! Ah! Oh! Ah! Oh! Die Cola ist offen! War ja nicht! Okay! Ab in die... Frucht- und Gemüseabteilung hier! Wer hat denn hier die ganzen Bananen gegessen? Oh! Es tut mir leid! Hilfe! Hilfe! Mario Kart! Oh! Es tut mir leid! Ähm... Ich brauche den... Oh! First Try wieder! Wie beim Ring! Ich bin schon ein geiler Boy, ey! Okay! Wir... Wir sehen uns! Entschuldigung! Nein! War ich nicht! Braucht jemand eine Melone? Mario Kart! Hilfe! Schnappt ihr die Schokomilch? Oh! Sie wollen mich nicht kaufen, oder? Bitte tun sie es! Oh! 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 Hilfe! Was ist... Ist das Schokolade? Schokolade-Mindkraft! Ich glaube... Können wir sowas hier mitnehmen? Oh! Da oben ist die... Okay! Ähm... Ne! Falsche Milch! Falsche Milch! Wir tun die ganzen Arbeiter hier leid, die das alles wieder aufräumen müssen! Falsche Milch! Falsche! Nimm die Milch da oben! Jetzt! Schoko! Nein! Schoko! Ja! Ja! Das Milch-Company! Wer kennt sie nicht? Hey, aber geh weg von... Es gibt Sushi-Proben? Oh mein Gott, es gibt Sushi-Proben! Da ist Super Meat Boy! Da ist er! Das Pflaster! Das wahre! Okay! Kostenloses Sushi! Meins! Ich liebe Sushi! Oh Gott! Okay! Ich liebe doch kein Sushi! Es tut mir leid! Hilfe! Oh Gott! Warum liegen überall Bananenschalen? Oh, ich kann dir sagen! Was ist denn egal? Oh! Oh! Oh Gott! Oh Gott, ich hänge... Schrupp, die Scheiße! Schrupp, die Scheiße! Schrupp, die Scheiße! Oh Gott! Ich nehme den mit! Ich habe den Schrupper mitgenommen! Geh dir an die Kasse! Okay! Wir hatten sich immer Angst. Du bist immer etwas anderes. Was hast du da gemacht? Ich habe Sushi gegessen! Magst du kein Sushi? Was machen eigentlich meine Kinder? Oh Gott! Ich bin mitfahren! Hallo? Hilfe! Hilfe! Ich komme da nicht rein! Nein! Ich bin drüber gefallen! Ich bin drüber gefallen! Jetzt! Nein! Nein! Hilfe! Hilfe! Ich hänge... Ich... Was... Was tue ich hier? Ich... Ich... Ich komme da nicht hoch. Es tut mir leid. Darf ich wenigstens... Ein bisschen Klavier spielen? Ach... Auch nicht wirklich. Okay. Ich... Ich... Ich bediene schon. Einmal... Okay. Ich habe irgendwie alles darüber gezogen auf einmal. Oh! Ich habe... Ich habe die Milch weggeschmissen. Es tut mir leid. Ich... 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 Die Pizza! Gib... Junge! Pizza! Pizza! Ich gehe vorne an der Kasse raus. Okay. Habe ich alles bezahlt? Ich hoffe. Wir sehen uns! Ich habe irgendwas vergessen, oder? Aber ich... 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 Ich habe doch alles bezahlt! Warum... Warum habe ich angeblich nichts bezahlt? Da leuchtet nichts mehr! Oh! Doch! Die Schokomilch leuchtet! Oh! Ich habe die Schokomilch weggeworfen! Ich hasse mein Leben! Ich hänge... Ich hänge hier auch komplett fest! Ich weiß nicht! Ich... 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 Ich komme hier nicht mehr raus! Doch jetzt! Okay! Ach, als ob ich die Schokomilch vergessen habe! Mein Gott! Moment! 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 Stopp! 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 Was habe ich da gerade gesehen? Darf ich das Pferd bitte mitnehmen? Ich will das Pferd haben! Ich habe das... Ich habe das Pferd bezahlt! Wir nehmen das jetzt mit! Ich habe das... Ich habe das Pferd jetzt bezahlt! Einmal da drüber ziehen! So! So! Jetzt habe ich doch alles! Hä?! Ich... Ich habe irgendwas vergessen! Aber... Ah, die Mango! Habe ich... Habe ich die Limo da drüber gezogen? Ah! All right! Now that we've got our groceries, it's time to head to the Aquarium! Yay! Das war alles so ein Trick! No! No! That makes two of us! To the car, kids! Yay! Yay! I wanna see a snuggle fish! I wanna climb something condemned! Honey, it's really simple. You can come to the Aquarium with your family, or you can walk home alone. Come on, Dad! Dad? What are you waiting for? Can I not just walk alone? I mean, he is so fast! Ooh! Look at that! Tommy, stay still! I want to take pictures! Check out that gift shop! I can't even fish if I see him! Haha! Yeah, exactly! Honey, are you all right? What has got you so spooked? Okay, I'll just have to add that to the list of questions. Don't worry, we're here for you. Now, let's get some tickets! Haha! Hol dir... Ja, okay. Warum hat die einen Gutschein? Egal. Löse dein Ticket ein! Okay, machen wir das mal. Ähm... Es tut mir leid, dass ich... was für ein bisschen zu besuchen habe, was zu fischig ist. Sie sagen immer das immer. Oh! 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 Hey, hey, hey! Hey, hey! Hey, hey! Hey, hey! Hey, hey! Hey, hey! Hey, hey, hey! Hey, hey! Ticket, ist aber... du hast... will... jeder mal den noch an! Okay, ich muss wahrscheinlich durch den Souvenir-Shob, ne? Oh, können wir uns bitte Souvenirs später mitnehmen? Oh, eh- eh-intschuldigung... Entschuldigung! ... Hi! Diese Flüsse sind hier. Okay, Kids. Wir werden zurück hier. Ich habe gut gelernt. Okay, wir sehen uns. Okay, ich soll einfach einen der drei finden. Gut. Ich würde aber sagen, das machen wir im nächsten Part. Denn die drei zu finden macht... Das sind quasi so einzelne Level, wie so ein bisschen. Und dann würde ich sagen, das machen wir im nächsten Part. Leute, wenn es euch gefallen hat, schaltet im nächsten Part wieder ein. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Und ich sage bis dahin. Tschüss!